Ruhigendem Vorsprung bereits auf Nikolai Martzenko und hier die 20 Kevin Magnussen, derjenige war es also, der vorbeigegangen ist an Nigel Melker. Magnussen ist Melker vorgefahren und dahinter Andre Negrao, der nächste Ausrutscher in der Schikane von Lesmo, Lukas Forresti. Daniel Mofe, sein Teamkollege bereits ausgeschieben, Forresti steht nun ebenfalls reichlich unglücklich, aufs Korn genommen worden, allerdings nach einem Reifenschaden oder ist der Reifen aufgeschlitzt.